Herzlich Willkommen auf dem Volksfest hier in Bayreuth. Mein Name ist Martin Hopp und ich bin die Carolin Hellberg von der Firma Fisch Hellberg. Bei uns sind die Spezialitäten 5 Sorten Mattjes. Wir haben eine eigene Brötchenbäckerei im Geschäft, das heißt wir bannen vor Ort und können hier Fische immer stets gewähren. Der absolute Renner ist unser Backfisch Seelachs Filet Bierteig, den Sie auch nur auf dem Volksfest bekommen und sonst nirgends. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei und überzeugt euch selber von der Qualität.